Banda Lampung, früher Tanyunkarang und Telukbetung, mit dem unmittelbar dazugehörigen Hafen Panjang, ist eine Stadt im südlichsten Teil der indonesischen Insel Sumatra mit 940.150 Einwohnern und einer Fläche von 169,21 Quadratkilometer. Sie liegt am nördlichen Ende der Bucht, die einen Teil der zwischen Sumatra und Java verlaufenden Sundar Straße bildet. Banda Lampung ist Hauptstadt der Provinz Lampung und eines der Zentren der Auswanderung von den übervölkerten Inseln Java und Bali. 50 Kilometer südöstlich liegt der Fährhafen Bakauheni, unmittelbar nordöstlich der regionale Flugplatz Reddington 2 Airport. Der Trans-Sumatra Highway verbindet die Stadt quer durch Sumatra mit Pondan, Medan und Banda Achech im Norden. Die Stadt ist vorwiegend durch den Hafen, Verwaltung. Die Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte aus der umgebenden Provinz und dem lokalen und internationalen Handel derselben geprägt. Touren zur Vulkaninsel Krakatau werden angeboten. Auch kann man kleine Motorboote zu den vielen kleinen idyllischen Inseln in der Bucht mieten. 70 Kilometer nordöstlich befindet sich das sehenswerte Elephant Training Center im Waykambas Nationalpark. Bei der gewaltigen Explosion des Vulkans Krakatau 1883 wurde dieser südlichste Teil Sumatraus von einer ungeheuren Flutwelle überspült. Die auf javanischer und sumatranischer Seite 70.000 Todesopfer forderte und aufgrund der starken Ascheregens für lange Zeit das tägliche Leben lahmlegte. Eine Normalisierung trat erst wieder zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein. Banda Lampung entstand Anfang der 1980er Jahre aus dem Zusammenschluss der Städte Tanjungkarang und Telukbetung. Wozu auch der Überseehafen Panjang gehört? Städte Partnerschaften Indonesien Pekan Baru Indonesien Malaysia IPOH Malaysia Kroatien Split Kroatien Pekan Baru Plastien Lam Fah Lampung Lampung Vielen Dank.